Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Clubs. Hallo und guten Tag, liebe Hörer und Freunde unseres Podcasts. Was ist gut? Eigentlich war für heute eine Sendung vorgesehen mit dem Architekten und Städteplaner Stefano Boeri, der im Rahmen der Munich Creative Business Week im kommenden Jahr als Keynote-Speaker zum Thema Bio-Cities sprechen wird. Ja, das hat leider nicht geklappt. Die Sendung ist zwar bereits aufgenommen, kann aber nicht veröffentlicht werden aus Krankheitsgründen, die das Team der Business Week betrifft. Und deshalb haben wir diese Sendung jetzt auf Februar verschoben. Ja, eine Gelegenheit heute einmal unter uns Machern dieses Podcast, einen kleinen Jahresrückblick zu unternehmen, weshalb Georg und ich hier heute zusammen in unserem Wohnzimmerstudio uns gegenüber sitzen. Mein Name ist Rainer Gerisch. Hallo Georg. Ja, hallo Rainer. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit. Es war ein bisschen dumm, wenn wir eine Sendung in den Februar verschieben müssen, die wir jetzt geplant hatten, aber das ist immer noch früh genug für die Veranstaltung im Mai, Munich Creative Business Week. Ja, gleich mal die erste Frage. Was für ein Jahr? Nicht nur bei uns. Es ist allgegenwärtig. Es wird überall von Krisen gesprochen, aber ich starte mit einer anderen Frage, nämlich was war denn besonders gut in deiner Erinnerung? Ja gut, das ist ein guter Punkt. Wir wissen tatsächlich allen Teilen irgendwie Krisen und Katastrophen, aber was auf jeden Fall gut war, war das Ende aller Corona-Beschränkungen im April. Also kann man schon mal sagen, das war das Ende einer ganz furchtbaren eben auch Seuchenphase, in der das Leben zum Teil zum Erliegen kam. Und man kann natürlich auch sagen, gut, der Start des Deutschland-Tickets war sicher gut, eben also mehr erneuerbare, also ÖPNV und mehr, sagen wir mal, nachhaltige Mobilität ist immer gut. Also das Thema bringt mich nochmal auf eine Sendung, die wir vor kurzem produziert haben, mit dem Designer Stefan Sargmeister, der dieses Buch geschrieben hat mit dem Titel Heute ist besser. Ja, heute ist besser, das haben wir auch gemacht, weil in diesen ganzen Katastrophenszenarien darf man ja nicht übersehen, dass es eben eine ganze Reihe von positiven Entwicklungen gibt, vor allem langfristige positive Entwicklungen. Es gibt auch sehr viele langfristige negative Entwicklungen, es gibt aber auch positive Entwicklungen. Und dieses Abwägen oder Auswiegen von positiven und negativen Entwicklungen, um eben so einem Katastrophismus, Alarmismus oder eben auch so einer Depression entgegenzuwirken, das hat Stefan Sargmeister in dem Buch auf eine wunderbare Art und Weise gemacht. Das ist für uns, da kann man eben auch direkt auf die Frage antworten. Also es ist gut, dass dieses Buch erschienen ist, weil es uns eben auch zeigt, dass mit Designmethoden, ja, politische, soziale, statistische Fragestellungen auch beantwortet werden können. Aber du warst gerade dabei, nochmal zu erwähnen, was du an guten Themen dieses Jahr eigentlich, auf welche guten Themen du in diesem Jahr zurückblicken kannst. Ja, also wirklich so, wenn man in ganz großen Weltkontext guckt, also was ich bei aller Furchtbarkeit dieses sogenannten Kussskandals, also mit Jennifer Ormoso, also der spanischen Kapitänin der Fußballnationalmannschaft, die ja die Weltmeisterschaft gewonnen haben, das Positive ist die Diskussion, die das ausgelöst hat. So etwas wäre in der Vergangenheit einfach irgendwie so durchgewunken worden, was will die denn? Und hier merken wir, dass eben diese ganze Gender-Diskussion, die wir hier ja auch ununterbrochen führen, die Frage nach Diversität, die Frage nach Macht, heute anders verhandelt wird. Und das ist für mich einfach bei aller Dramatik dieser Geschichte eine positive Botschaft, die ich in dem Jahr auch mitnehme. Das war im August und das wirkt nach. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die positive Entwicklung von vielen Themenfeldern. Ein Thema, was wir hier in diesem Podcast oft in diesem Jahr besprochen haben, war das Thema der Bewerbung der Region Frankfurt Rhein-Main für den Titel World Design Capital. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Ja gut, das ist für uns hier, ich meine, wir sitzen ja als Deutscher Designer-Club eben mit unserer Geschäftsstelle in Frankfurt und haben von daher eine besondere Beziehung auch zu der Region, obwohl wir in ganz Deutschland aktiv sind. Das ist natürlich eine bewegende Angelegenheit gewesen. Wir haben im letzten März mit diesem Konvent für demokratisches Design auch eine wichtige Veranstaltung gemacht, die das eben auch mit vorbereitet hat, diese Bewerbung. Es ist im September entschieden worden, also von dem World Design Council, von der Organisation, dass dieser Titel an die Region Frankfurt Rhein-Main geht. Also die letzten beiden Kandidaten in dieser Ausscheidung waren die Stadt Riyadh und die Region Frankfurt Rhein-Main. Das ist ein Thema gewesen für uns in Gesprächen mit Matthias Wagner K. und Lisa Butte, die beide unterschiedliche Rollen in diesem Kontext einnehmen, auch mit Matthias Wagner K. und Nicole Deitelhoff von der Hessischen Gesellschaft Frieden zur Konfliktforschung. Das ist ein großes Thema. Ich glaube ja, gerade dieses Thema der Bewerbung Design for Democracy ist ja eines, das wunderbar auch auf unsere Intention für diese Sendung einzahlt. Vielleicht kannst du dann doch nochmal ganz kurz ein Review machen zu einzelnen Sendungen und Gästen, mit denen du hier zu diesem Thema gesprochen hast. Also ich möchte wirklich eine Sendung besonders hervorheben. Das war mit der jungen Designerin Michaela Leitner zum Thema Fan Facts und Gender Gaps. Das ist eine Abschlussarbeit gewesen. Das ist ein Buch, das sich eben auch wirklich auf eine fantastische Art und Weise gestalterisch und redaktionell mit der Frage von Gerechtigkeit beschäftigt. Auch die Sendung mit der Bianca Herrloh zum Thema Digital Injustice. Das sind alles Themen, die wir hier behandelt haben und die genau in diese Richtung gehen, die wir hier gemeinsam verhandeln wollen und die auch in den nächsten Jahren hier, nicht nur bis 2026, sondern hoffentlich auch dadurch beschleunigt, danach immer intensiver auch im Design verhandelt werden müssen. Dann haben wir ja eine Sendung gemacht, die eigentlich gar kein Gespräch war, sondern eher ein Vortrag. Das war eben eine der ersten Sendungen des Jahres. Das war mit Matthias Wagner K. eben bei uns hier im Studio wieder eingesprochene Paulskirchenrede zum Thema Gestalten, wie wir leben wollen. Das kann ich auch dringend nochmal empfehlen. Also könnt ihr auch googeln. Die D-Cast, Matthias Wagner K. findet das ganz normal in der Google-Suche. Das ist ein bisschen so eine Programmatik. Also wir hatten zwei eigentlich programmatische Sendungen, muss ich sagen. Einmal mit Friedrich von Börries direkt zu Beginn, das war die erste Sendung. Die inzwischen, weiß ich nicht, mehrere tausend Abrufe hat. Auf jeden Fall die meistgehörteste Sendung unseres Podcasts. Richtig, ja. Also sie war sozusagen eine programmatische Gründungssendung. Und Matthias Wagner K. hat nicht ganz den Charakter, weil es kein theoretischer Vortrag in dem Sinn ist oder keine Zusammenfassung dieser, von einer Position, sondern eine sehr persönliche Betrachtung, eben auch biografische Betrachtung der Frage, wieso Demokratie so relevant ist für unser Zusammenleben. Ja, vielleicht kannst du auch nochmal, wenn wir diesen Rückblick machen, jetzt nochmal ein paar andere Themen highlighten, die dir besonders am Herzen liegen und die du hier mit Protagonisten besprochen hast. Also wir haben, wie gesagt, dieses WD World Design Capital haben wir eben mehrfach besprochen. Also das Thema German Design Graduates, was ich wirklich für grandios halte. Wir arbeiten künftig auch intensiver noch mit German Design Graduates vom Rat für Frauenbeibung zusammen. Also der Wettbewerb der besten Absolventinnen von Designhochschulen. Wir hatten hier eine Sendung mit Tobias Drübenbacher, die ich auch wirklich wunderbar fand, wo er nicht nur eben über seine tolle, also nachhaltige Leuchte gesprochen hat, sondern eben auch seine Leidenschaft für Mehlwürmer als Nahrungsgrundlage. Und wir werden auch jetzt im nächsten Frühjahr mit der Juliane Kür, also einer der diesjährigen Preisträgerinnen, sprechen über ihren Inseminator. Das ist wirklich ein hochkomplexes, ein super interessantes Thema. Also German Design Graduates ist für mich ein Punkt. Dann natürlich unser DDK-Wettbewerb, was ist gut, der eben jetzt im Herbst stattfand, im Spätsommer stattfand. Und der eben jetzt in der zweiten Edition gezeigt hat, dass es möglich ist, in demokratischen Prozessen auch Designentscheidungen fällen zu können in so einem Team. Und traurige Sache, also zum Thema jetzt eben unserer kleinen Designwelt, ist eben das Ende der Zeitschrift Form. Der Verlag Form existiert weiter. Das ist nach wie vor ein relevanter Verlag in dem Segment. Aber die Zeitschrift erschien von 1957 bis 2023. Und ich muss sagen, dass ich damit auch mit sozialisiert wurde. Ich habe auch schon in den 90er Jahren eben auch für die Form geschrieben. Das war für uns alle, glaube ich, ein ziemlicher Schock. Aber gut, nicht jedes Medium kann ewig existieren. Vielleicht sind wir ja ein bisschen auch ein Ersatz. Kann man das so sagen? Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, dass wir schon eben, also was uns ja auch von einigen Leuten zugeschrieben wird. Man stellt ja fest, es ist ja ein Trend, Podcasts zu hören. Und hören ist einfacher als lesen. Und hören hat aber auch Vorteile, ne? Das ist richtig. Wir sind ja innerhalb der Design-Podcasts eine absolute Ausnahme. Also einmal durch die Verbindung zum Rat für Formgebung, dann eben auch diese Zeitschrift Form. Also der Verlag Form publiziert unsere Sendung ja auch in seinem Newsletter. Also wir sind eng verknüpft innerhalb der professionellen, auch akademischen Designszene. Und diese Rolle, die wir hier haben, die entspricht ein bisschen, da möchte ich jetzt wirklich das nicht zu hoch hängen, dem, was die Zeitschrift Form in der Vergangenheit war. Aber das sind wir erst am Anfang. Aber mit dem Versuch eben über sowas wie Buchrezensionen in unserem Format Design lesen, eben auch die Design-Publizistik zu erfassen. Oder eben auch mit dem jetzt startenden Programm, mit dem Christoph Grünberger, dem KI-Zuständigen von Jung von Matt. Also er ist praktisch Head of KI. Dort werden wir ab Januar eben auch über KI-Themen mit einer gewissen Regelmäßigkeit reden. Also da sind wir schon so an den großen Themen auch mit dran. Wir sind ja jetzt bei der Sendung 175 angelangt. Yes! Und blicken sozusagen auf eine dreijährige Produktionszeit zurück. Lass uns mal in die Zukunft blicken. Wie wollen wir denn, Georg, weitermachen? Und können wir uns das überhaupt leisten, weiterzumachen? Denn die Hörer wissen es ja vielleicht. Wir produzieren diesen Podcast ehrenamtlich. Ja, es ist in der Tat irgendwie eine Frage, wie kann man so einen vollkommen irrsinnigen Aufwand ehrenamtlich betreiben? Weil die Vorbereitung, die Produktion und die Nachbereitung der Sendungen ist wirklich richtig viel Arbeit. Ich muss dazu sagen, wir haben insgesamt auch acht Leute, die irgendwie in diesem Kontext hier ehrenamtlich und teils eben, also in der technischen Produktion auch für kleine Honorare da mitarbeiten, um das finanzierbar zu machen. Das ist eben auch die Antwort schon auf die Frage von vielen Leuten. Wie macht ihr das eigentlich? Also wir haben natürlich ein großes Team. Also dieser Podcast wäre eben nicht einfach aus dem Wohnzimmer allein denkbar. Es ist völlig ausgeschlossen. Und wie wir weitermachen, also was ein wichtiger Faktor ist, ist sicher, wir beide sind ja jetzt irgendwie, sagen wir mal das mal so, alte weiße Männer, wie man so gerne irgendwie hört. Und jetzt die Frage, können diese Arten von Leuten, wie wir es sind, eben die positive Seite ist ja, dass wir ziemlich viel Erfahrung haben und auch viel können, können solche Leute ein Programm machen, das sich eben mit Rassismus, mit Blackness, mit Gender, Queerness Fragen beschäftigen. Und da würde ich jetzt nach drei Jahren sagen, offensichtlich geht es. Weil wir kriegen gerade von den Gästen, die sich eben mit den allersensibelsten Themen beschäftigen und von deren Communities sehr, sehr gutes Feedback. Und für mich eines der größten wirklich Highlights war, dass ich eingeladen wurde von einer jungen Dozentin, einer Hochschuldozentin in ihrem Seminar, das war online, einen Vortrag über sensible Interviewführung zu halten. Also die Sensibilität in der Interviewführung, Umgang mit hochkomplexen, teilweise brisanten Themen. Und dazu, das geht direkt zurück auf die Produktionsweise. Das geht nur, indem man wirklich tief in ein Thema einsteigt, indem man zwei, vielleicht drei Vorgespräche führt mit den Protagonistinnen, um das dann hinzukriegen. Also vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie du überhaupt Sendungen vorbereitest und wie intensiv du das dann sozusagen mit den Protagonisten vorher besprichst und überhaupt, wie du deine Protagonisten und Gesprächspartner akquirierst. Ja, das Akquirieren ist relativ einfach. Also wir haben zwei Suchkriterien. Also abgesehen davon, dass wir ziemlich genauso viele Männer wie Frauen bisher im Programm hatten. Also das ist ein relevantes Suchkriterium, dass wir eine Parität haben. Und dann haben wir eben auch eine zweite Parität, nämlich eine Altersparität. Also eine ungefähr gleich große Gruppe bis um 30, bis Mitte 40 und darüber, um eben auch keine Altersdiskriminierung zuzulassen. Das ist das erste Suchkriterium. Das zweite Suchkriterium ist, Protagonistinnen bestimmter Themenfelder nach und nach einzuladen. Also ich erinnere an Bittenstetter mit ihrem Thema Palliativdesign. Es gehört hier genauso ins Programm, wie Tobias Adami, die eben das BNB Design Studio, also die Design Works Studio leitet, dass wir sagen, also wie geht denn das? Also wie können wir diese Leute zusammenbringen? Das geht, sieht man ja. Aber es geht eben nur durch eben die Intensität der Vorbereitung. Also deshalb, was heißt es? Lesen, Gespräche führen, mit anderen Leuten darüber reden, darüber nachdenken. Da wir relativ lange im Vorlauf planen, so ein halbes Jahr ungefähr, habe ich auch die Zeit, mir während dieses Zeitraums dann die Themen zu erschließen. Du erhältst ja auch ab und zu Reaktionen und Feedbacks von Hörern oder auch von deinen Protagonisten. Erzähl doch mal darüber, was du da so an Kommentaren und Geschehnissen sozusagen im Nachgang von Sendungen erhalten hast. Also was ich von medienerfahrenen Menschen höre, ist, dass sie mir im Allgemeinen zurückspiegeln, dass das eine intensivere Vorbereitung war, als bei praktisch allen anderen Medienformaten, in denen sie bisher aufgetreten sind. Das ist natürlich auch der Anspruch, den wir haben. Bei Medienunerfahrenen höre ich oft, dass sie sich eben auch geborgen gefühlt haben in dieser Gesprächssituation und keine Angst hatten, dass da irgendwas schief gehen könnte. Und das hängt natürlich auch mit der Vorbereitung zusammen, obwohl wir relativ ungeschnitten arbeiten. Also wir haben, das muss man auch dazu sagen, wir nehmen auf und schneiden eigentlich nur As und As oder so raus oder wenn jemand sich wirklich verhaspelt. Aber wir schneiden dann nicht mehr hinterher. Ich habe gelernt übrigens, dass man As und As in der Waveform-Abbildung eines Tonsignals erkennen kann, weshalb ich sozusagen das schon fast automatisiert habe, wie das funktioniert. Bingo. Auch die Statsache mache ich weg. Aber nochmal zu den Auswahlkriterien. Also wenn ich habe jetzt in dem Jahr, haben wir zum Beispiel die Regine Leibinger eben als renommierte Architektin eben auch hier in der Sendung gehabt. Da ging es um Architektur und ihre Herkunftsfamilie, eine sehr bedeutende Unternehmerfamilie. Wir haben die Petra Wörner eben als Architektin gehabt, den Kuno Prey, die Gerda Breuer, Stefan Sargmeister. Das sind Porträtsendungen. Also da geht es uns darum, eben Leute zu finden, die in ihrer Persönlichkeit einfach etwas darstellen können. Und dazu gehört also für mich auch an diese eine Sendung, die ich besonders gerne erinnere, die Sendung mit der Sandra Mavuto-Dotou aus Hamburg, die eben sich sehr stark mit Blackness, mit Rassismus beschäftigt, mit mittelndes Design. Und da möchte ich noch eine kleine Anekdote auch anfügen, weil ich habe sie ein paar Wochen nach der Sendung getroffen und sie hat mir dann eben auch sehr erfreut darüber berichtet, wie positiv die Sendung in ihrer Community angekommen ist. Und das ist eben da, wo wir uns dann auch sagen können, naja, wenn das klappt, eben mit in solchen relativ brisanten Themenkomplexen eben Sendungen zu machen, die von den Communities gut gefunden werden, dann scheinen wir bestimmte Dinge nicht falsch zu machen. Ja, gerade wo du von Anekdoten sprichst, so ein kleiner Blick behind the scenes. Also hin und wieder läuft ja auch mal was schief, oder? Mein Lieblingsflop ist eben ein Gast, diesen Namen ich jetzt nicht erwähne, der eben direkt zu Beginn der Sendung war eine Remote-Sendung. Wir nehmen ja die so auf, dass derjenige dann in sein Smartphone spricht und schickt uns hinterher die Datei aus seinem Smartphone. Und derjenige hat eben gleich zu Beginn der Sendung mit seiner Backe sein Smartphone ausgeschaltet. Und es gab dann hinterher auch keine Möglichkeit, mehr das nachzuholen. Also das passiert, andere Nummer, jemand sitzt hier und kriegt einfach den Mund nicht auf. Man sagt, das gibt es doch gar nicht. Ja, das habe ich auch in meiner Praxis als Filmregisseur immer wieder mal festgestellt, wenn ich für Unternehmen arbeite. Man hat ein riesiges Vorhaben, irgendwie ein Statement abzugeben und kaum ist die Kamera aufgestellt, kriegen die Leute kein Wort mehr raus. Ja gut, aber das erleben wir hier halt. Woran liegt das? Ich meine, gut, es liegt teilweise daran, dass die Themen für die Leute so wichtig sind. Ladehemmungen. Ja, Ladehemmungen. Ich meine, hier war einmal ein wunderbares Gespräch mit Sani Dolat geführt in Nairobi. Ja, absoluter Supermedienprofi, der eben über dieses Decolonizing Design, hieß die Sendung, die ist auch mit sehr brisanten Themen, der das auf eine so elegante Art und Weise im Grunde auch über Themen sprechen konnte, die andere nicht berühren können. Das ist das genaue Gegenteil. Sowohl eine absolute Souveränität, Eleganz und Klarheit im Gespräch, als auch eben die Möglichkeit, die Fähigkeit, hochkomplexe Themen so zu vermitteln, dass man darüber kritisch nachdenken kann. Ja. Ja, lieber Georg, unser DD-Cast ist ja, wenn man so will, ein Wissenskonvolut zur Transformation in der Designszene. Und du hast es eben nochmal so lebendig geschildert, mit wie vielen unterschiedlichen Protagonisten wir schon gesprochen haben, wie viele Themen wir berühren und wie vielfältig auch eigentlich das ist, worüber wir sprechen. Und das ist ja auch ein Reichtum, den kann man gar nicht laut genug eigentlich betonen. Ich finde es aber auch, gerade in die Richtung der universitären Ausbildung in dem Bereich, einen wichtigen Beitrag. Wie ist denn da die Reaktion so aus dieser Szene? Also da kann ich jetzt sagen, dass für mich erstaunlich positive Reaktionen eben aus der akademischen Szene kommt, weil die Sendungen tatsächlich im Unterricht eingesetzt werden. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Eben Designlesen wird also im Unterricht eingesetzt, also sowohl von Professorinnen und Professoren als auch eben von Lehrbeauftragten oder auch den Bibliotheken selbst. Und hast du schon mal so Reaktionen von StudentInnen bekommen? Eigentlich von allen Beteiligten, also sowohl von Professorinnen als auch von Lehrbeauftragten als auch von StudentInnen und auch von BibliothekarInnen in den Hochschulen. Bei den StudentInnen hat mich eigentlich am meisten beeindruckt ein Kommentar oder eine E-Mail von einer Studentin, die sagt, sie hat ungefähr mit dem Start unseres Programms angefangen zu studieren und seitdem jede Woche diese Sendung gehört. Und dadurch in ihren Augen, und da hat sie natürlich recht, irgendwie also unglaublichen Überblick über die Designszene gewonnen. Und dadurch im Grunde auch ihre weiteren Studienentscheidungen mitgeprägt oder beeinflusst. Bei den DozentInnen ist es so, ich weiß, also Nikolaus Marquardt hat zum Beispiel schon mal darüber gesprochen, dass er es im Unterricht eingesetzt hat. Hört euch mal eben, sucht euch mal Sendungen raus und dann reden wir darüber, um was es da geht. Oder Martin Schmitz, der in Kassel lehrt, hat mir ja gesagt, dass er eben auch diese Literatursendungen gemeinsam mit den Studierenden angehört hat und dann darüber gesprochen hat. Meine Frau Annette Bertsch lehrt ja auch als Honorar-Professorin für Designmanagement. Die verwendet es eben auch. Das ist gesagt, hör dich mal folgende Sendungen an, die sich mit Designmanagement-Themen beschäftigen. Zum Beispiel Jochen Redeker, also wie es so eine Agentur organisiert ist, oder Tobias Adami. Oder eben auch andere Themen, die mit Management zu tun haben. Ja, und dazu, das muss man ja auch erwähnen, kommt ja dann noch das Thema Archivierung, was du mit dem Rat für Formgebungen vorangebracht hast. Ja, also wir haben ja einmal die Backlist auf unserer Webseite, also vom DDC, also unter DDC, DDCast, findet ihr einfach beim Googlen diese Backlist. Und die Backlist ist aber dauerhaft verfügbar. Das sind diese jetzt über 170 Sendungen, die diese gesamte Vielfalt darstellen. Da ist es aber erstmal rein tabellarisch. Also um aber inhaltlich, thematisch oder eben auch mit einer Suche Sendungen finden zu können, gibt es eben auf den KCM Plus OPAC-Datenbanken, das sind die großen wissenschaftlichen Datenbank-Konglomerate, gibt es eben vom Rat für Formgebung von uns befüttert, eben auch die DDCasts. Und die kann man dann wirklich suchen unter DDCast, Feminismus, DDCast, Kommunikationsdesign. Da kriegt man die fünf oder sechs Sendungen ausgeworfen, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Und das wird auch jetzt schon bei Bachelor- oder Masterarbeiten oder Promotionen noch eingesetzt für bestimmte Recherten. Und ich komme nochmal darauf zurück, du hast es eben schon erwähnt, Design, Lesen, Bücher von Bedeutung. Damit haben wir dieses Jahr angefangen. Es gab schon zwei Ausgaben dieser Serie, die wir ja vorhaben zu produzieren und auch weiter zu produzieren. Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen Harakiri, was du da machst, ne? Das ist richtig. Also das ist so ein bisschen grenzwertig, weil wir insgesamt zwölf Bücher besprechen. Also Dilo Schwer liest sechs und ich lese sechs. Wir müssen erstmal eine Auswahl treffen aus den Neuerscheinungen. Und wir lesen die auch wirklich durch. Also das ist nicht so, dass wir dann nur kurz drüber gehen und sagen, naja, da steht das und das drin. Und durch diese Intensität der Auseinandersetzung kann man dann auch jeweils achtminütige Rezensionen bringen, die wirklich einführen in das Thema. Man könnte, wie so bei GetAbstract gibt es das ja auch, also in gedruckter Form, auch in vorgelesener Form, man könnte sich mit dieser Rezension im Grunde schon ziemlich gut in dem Buch orientieren. Der Aufwand ist gewaltig, aber wir werden das auf jeden Fall weitermachen, weil das eben auch in der Tüchen der Verlagsszene sehr gut ankommt und bei den Autorinnen gut ankommt, bei den Bibliotheken gut ankommt. Wir haben von der Karin Schmidt-Friedrichs, der Vorständin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verlegerin vom Hermann-Schmidt-Verlag eben diese besonders tolle Rückmeldung bekommen, dass Designbuchrezensionen in dieser Qualität sonst eigentlich gar nicht vorkommen. Und Thilo, der es in Essen lehrt und ich, der eben kein Akademiker bin, aber eben Leseratte, wir fressen uns da durch diesen Stapel durch und glauben dann eben auch wirklich eine ganz gute Auswahl anbieten zu können. Da wird es aber, weil du nach diesen Serien gerade angesprochen hast, also es wird auch ab Januar wahrscheinlich auch eine Serie geben mit Christoph Grünberger, der Head of KI bei Jung von Matt ist, zum Thema KI, also der hottest Shit in KI. Christoph sagte zu mir, er kriegt so viele neue Plugins und Versionen auf den Tisch, dass er eigentlich einen eigenen Kurator bräuchte, um dieses Material da überhaupt zu bewältigen. Und da wird es eben darum gehen, jetzt nicht um diese von uns ja auch schon geführte Diskussion um KI und Ethik, KI und Branchenzukunft, sondern wirklich, heute ist Shit und was passiert da eigentlich draußen? Das wird sehr interessant. Ja, lieber Georg, jetzt habe ich auch irgendwie das Wort Ja benutzt. Irgendwie habe ich festgestellt, du fängst eigentlich jede Sendung mit dem Wort Ja an. Ja, ich bin einfach Optimist. Also ich könnte auch Nein sagen. Was meinst du, was du mir dann sagen würdest, wenn ich jede Sendung mit Nein anfange? Nee, nee, das sollten wir nicht. Nee, mir fällt einfach nichts Besseres ein. Aber das ist bemerkenswert. Ja, danke. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es wieder benutzt. Wir haben uns schon irgendwie eine Pause verdient. Es steht die Weihnachtszeit bevor oder wir sind schon mittendrin. Deshalb wird das heute die letzte Ausgabe sein für dieses Jahr. Wann geht es wieder weiter? Es geht weiter am 22. Januar. Da erscheint die erste Sendung des neuen Jahres. Das wird, lassen wir gerade mal nachgucken, weil wir da machen ja zwei Aufnahmen da. Aber ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, wird es die Aufnahme mit dem Rüdi Bauer sein. Und das Interessante an dieser Sendung ist eben, dass es dabei nicht um Designlehre geht, sondern gewissermaßen um Unlearning. Also es geht um la scuola di non sapere, die Schule des Nichtwissens. Also wie können wir mit Design in Räume reinarbeiten, in denen andere Wissenschaften sich nicht bewegen können. Das geht natürlich auch auf diese Wicked Problems von Rittel zurück. Das Design das eben kann. Das Design kann im Grunde entwerfen, sich nach vorne bewegen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Die erste Sendung wird mit Rüdi Bauer sein, die zweite mit Miriam Horn-Klimmeck zum Thema dieses Countatons oder der ungerechten Verteilung von Jury-Sitzen zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es ja noch die Sendung, die wir schon vorbereitet haben, nämlich mit einem der wirklichen Keyplayer unserer Designszene. Ich meine Hartmut Esslinger. Hartmut Esslinger ist für uns beide natürlich jetzt echt ein Hit, weil wir haben ihn besucht im Schwarzwald, das kommt ja selten vor, weil in Deutschland weilte in seinem dortigen Haus und haben drei Stunden, glaube ich, mit ihm gesprochen. Und wir haben vor allem dort auch beide erfahren dürfen, dass er ein fantastischer Pianist ist. Und auf die Sendung freuen wir uns sehr. Da wurde ein bisschen Boogie Woogie gespielt. Boogie Woogie gespielt hat. Er hat uns bei Standards und Klassiker vorgetragen und er wird im nächsten Jahr eben unglaubliche 80. Ein wahrer. Und wir haben auf seinen 80. Geburtstag hin, werden wir eben da eine oder möglicherweise zwei Sendungen machen, das ist noch unklar, die ihn eben wirklich auf eine tolle Art und Weise porträtieren und auch tatsächlich, obwohl er viel publiziert hat, Facetten von ihm eben auch bringen, die man nicht kennt. Und im Vorfeld des Geburtstags wollen wir mal schauen, wie wir das entsprechend dann auch würdig und angemessen unseren Hörerinnen vorstellen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles durchgesprochen, was wir uns vorgenommen haben. Du hast gesagt, der 21. richtig? Der 21. Januar. Der 21. ist der Montag. Der 21. kommen wir raus. Also wir kommen am Sonntag immer raus auf den Podcast-Plattformen und dann am Montag jeweils, also am 22. Januar, dann auf der Webseite des DDC unter ddc.ddcast.de, wie immer. Ja, also ich möchte mich bei der Gelegenheit nochmal bei dir, Rainer, bedanken, weil ich werde ja immer wieder gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Also wie kriegt ihr das hin, dass ihr eben diese Sendung jede Woche so ein Ding rausbringt? Und für mich ist das eine unglaublich schöne Erfahrung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem ich eigentlich nur zwei SMS austauschen muss. Danke, lieber Kirch, aber das gebe ich komplett zurück, dieses Kompliment. Das macht mir mindestens ebenso viel Freude. Ja gut, dann könnt ihr euch auch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir da gerne weitermachen. Und es wird im nächsten Jahr natürlich wahnsinnig viele neue Themen geben, auch sehr interessante, auch brisante Themen. Und da bleiben wir dran und versuchen gleichzeitig eben auch die Designszene, wie gesagt, von innen zu perforieren, die Blase, um die Öffnung hinzukriegen. Weil das wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein, wie Design sich eben noch besser verknüpft mit Ökonomie, Soziologie, Anthropologie, also der gesamten ökologischen Fragestellung. Weil da muss auch Design etwas zu beitragen. Wir haben jetzt die Chance, mit diesem World Design Capital das Thema Demokratie nochmal stärker zu machen. Das wird auch irrsinnig viel Arbeit sein, das hinzukriegen. Aber wir glauben, da eine ganz gute Plattform zu haben. Darauf dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, das ist gar keine Frage. Und deswegen würde ich sagen, wünschen wir jetzt unseren lieben Hörern alles Gute, wie wir das immer machen am Ende der Sendung. Und auch eine, kann man ruhig sagen, kreative Weihnachtszeit. Und wir haben, glaube ich, noch eine besonders gute Empfehlung auch an die Hörer, oder? Ja, also die Empfehlung ist ganz einfach, hört euch die gesamte Backlist an. Das sind 175 Sendungen, ungefähr durchschnittlich 35 Minuten. Das sind nur 102 Stunden. Ihr müsst einfach nur 102 Stunden zusammenhängend durchhören. Da habt ihr alles gehört, was wir gemacht haben. Und ihr wisst wesentlich mehr über die Design-Szene. Ich finde, das ist ein guter Ausblick auf eine kreative Weihnachtszeit, oder? Ja, ich meine, wie kann man die besser verbringen, diese ruhigen Tage, als mit dem Hören unseres Podcasts? Also ich weiß nicht, ich wüsste keine bessere Empfehlung. Also wirklich, wir freuen uns, dass wir das machen dürfen. Und wir freuen uns auch drauf, im nächsten Jahr derselben wachsenden, treuen Hörerschaft weitermachen zu dürfen. Ein guter Ausblick. Was kann Besseres passieren, als dass man so froh in die Zukunft gucken kann? Ja, das stimmt. Tschüss. 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 Tschüss.